Hallo. Herzlich Willkommen. Zu Rocketing. Mit dem. Fieber. Jetzt Hallas versaut. Jetzt Hallas versaut. Hallas. Apropos versaut, wisst ihr? Wer noch versaut? Das ist der Riva. Ne, Rock. Ja, hat gekleckert, hat nen Fleck auf'n Rock. Achso. Das hat's richtig gereimt, alter. Hat gekleckert und hat nen Fleck auf'n Rock. Ja. Let's watch it. Ja gut, aber wenn das sie sagt. Ja, ja. Er hat gekleckert und sie hat nen Fleck auf'n Rock. Auf'n Kommi. Was, auf'n Kombi? Ja genau. Auf'n Kombi. Oh, ein Fleck auf'n Kombi. Ey, die müssen echt mal Motorräder hier einfügen. Das wär cool. Motorräder. Alter, ich bin so schlecht. Aber Markus, weißt du, wenn du nen Motorräder hättest, dann wär's passiert. Dann wär das nicht passiert. Oh, Mann. Sag jetzt gar nichts mehr. Vor allem, wie heißen die? Motorräder. Was tust du denn? Wie, was? Wie, ich, äh. Ich war doch. Oh, der geht. Oh, der geht. Oh, der geht. Oh, der geht. Der schickt aus. Nein. Okay. Demnächst machen wir eine Aus, äh, äh, also eine, 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 äh, 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 eine Folge nur musikalisch. Da geht noch was. Das heißt, wir singen nur noch. Das ist doch was schönes. Das ist doch, was, was. Du. Was tue ich da. Guck dir da an. Du, wo ich hieße? Du. Du hieße. Du. 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 Verzweiflung! Alter, was willst du? Der Hülle Rache. Der hat nen Riesenkraft. Ich in meiner Hose! Alter! Ne Blindschleich. Ne, kann ich jetzt nicht drüber lachen. Fand ich jetzt nicht so... Wieso blind ist sie? Sie kann ja nicht alleine das Loch finden. Und schleichen tut's auch noch. Ach ihr Fetzelchen, ey. Nein, nein! Er hat mir den links geklaut. Ihr hatt so coole Augen, wo du so in nem Textilshop bekommst, weißt du? Diese coole Äugchen. Einfach mal auf die Balls draufkleben, ey. Ui, Alter. Sind deine Freundin... Markus. Tare, tare! Rollenspiel mal anders. Messing? Ey! Fand der konfirms! Alter! Ey, das wäre bestimmt voll es consultige Fand, ey. Oh, Alter! Was... ähm! memorizer Genelnden. Ja, Penis nehmen und dann auf die Balls eben so die coole Äugchen drauf bäppnen. Ey, Alter! Also das Fand mit der Pod fals privately machen! gezeichneten nein dass das ist trotzdem zum anstößig überlegt mal er guckt jetzt ein neunjähriges mädchen das video an und dann geht es zu ihrer mama und fragt mama was ist denn das ich bin ja mit blümchen siehst du das ist aber drück guck mal ja herr moment überleg mal dieses mädchen geht dann in die bibliothek und fragt so nach benjamin blümchen sagt so nene das hat nicht so ausgesehen deshalb haben sie mir mal im zettel und ein stück ich zeichne es ihnen auf das sah so schön aus ich hab noch erwischt ja 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 ich war ein bisschen mit der situation vor Ort was tue ich was tue ich die vierten die vierten ja das war so geil Du machst es aber schon, doch, geil, doch. Ja, den machst du! Nein, Alter, wuffst mich doch mal an! Oh man, der wirf, ey. Ich werd hier einfach so in den Ball reingeklagen. Beförderung, Beförderung! Ja, den hast du gut getroffen, gut getroffen. Und der andere verarscht seinen Kollegen. Das war auch nicht gut. Äh, nicht schlecht, mein ich. War auch nicht cool. Ey, du weißt schon, hier alles fair abgehen, hier. Ich glaub mir nicht gelockt, weil ich immerhin ein Skirido. Ey, du Arschloch! So, aber nicht! Wir wissen, wo dein Auto steht. Oh, war doch ein Elfer. Wow! Ne! Oh, oh! Alter, wie wir alle um diesen Ball rumpfangen! Nice, sir! Ich glaub, die Teekanne ist fertig. Mann! NANANANANANANANANANANANANANANANH NANANANANANANANANANAN 98 Nein! Oh Scheiße. Trotz Ventilator, ey. Hätte ich wegboxen sollen. Hätte ich einfach rein spielen sollen. Hupsa. Was machen die denn? Keine Ahnung, die wollten tricksen aber. Tricksen! No way! Weißt du grad nicht was ich mach, aber es sieht ganz hübsch aus. Ja, und wir gewinnen so. Hupa! 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 Gamelan Style! Komm! Jawoll! Hopp hopp hopp! Das macht Markus geil! Hey! Alter Falter! Sexy Lady! Ho 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 ho! Ho ho ho! Hoa! Und jetzt machen wir nochmal eins hier. Eins hier. Eins hier. Ich bin fast Level 40. Nur noch ein bisschen. Böschen! 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 Wer war das erste Spiel? Heinz? Jo! Heinz? 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 Oh ja! Oh mein Gott! Wir haben verloren. Wir spielen gegen Bud Spencer. So lange Terenzel nicht dabei ist, ist alles gut. Aber der haut auch schon rein. Sorry. Bin zu spät gelandet. Ja. Rest in Peace in Peace. Ein bisschen ab. Für'n Buddy Spencer. Du hast keinen Hoden. Alles. Alles blass und grau. hoo ho hooh! Tr ہے mich gehöbelt. Indie maникомolkz!! Mama Zotti Mama Zotti Pene Pene Regatte Nicht zu verwechseln mit dem Pene Was ist los man? Masse Masse Spaghetti Pene Pizza Mario Oh Scheiße Porco Dio Ich glaube Porco ist ein Ausdruck wenn mich nicht alles täuscht Und Dio waren Ich glaube bestimmt Musiker leider verstorben Also ich finde Dio super Was ist mit dem hier? Also nicht mit dir sondern mit dem Nein Alter nice Ja ich habe ich habe gewartet und habe da gemeint No way Also der Ball geht nicht rein Ich glaube der Italiener ist jetzt stinkig Ich bin Ich bin Wir haben ja auch die EM gegen uns WM EM Ja genau Haben sie ja gegen uns verloren also Scheiße Leise Leise reselt der Schnee Du tust ganz schön weh Tupi Ich bin privat bei das gleiche vor Weg mit dem Ball Samuel Hme Alte Atkins Das hat dieses Chaos passiert Hups Hups Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh shit Oh Alte du fährst aber auch mit 2000 km in den Ball Ja aber ich dachte Markus kommt da so und dann macht das wieder Der Markus er sagt es immer so aggressiv Markas ja das Problem ist mein Vater ist Markus jetzt weißt du wieso ich das so aggressiv sage du bist kein deutscher? ich dachte echt ich hätte ihn versaut alter der eine hat 700er Finger ja wofür ist das Problem oh du äh so was so Marela Gim Pizza Computer Ries Ah Liga 3 ja das nochmal eins oder ja komm mal nochmal eins letzte Runde ging ja so lang nein Tobi die sind schon alle raus dann schreib es ihm einfach auf Steam ja genau so wie mit René super puff jungen was macht ihr trinken die Wodka? alter super puff oh mein Gott weil das geil ist das ist ja Pummel-Luff ja was für ein Puff? ein Pokemon ja ich kenn's doch oh 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 die verarschen die verarschen uns nur Upsa sorry Zucker Puff doof leh leh Schokolade das ist ziemlich lecker nach vorne mit der Drecksau ja mit der Fall mit der Fall mit der Fall nein Zucker ich hab nur irgendwie Zucker verstanden aber aber hat er ins Mikro gefüllt ey ja der hat halt so einen Namen ey da musst du so der ist halt impulsiv oh nein alter der ist Tor war leer und ich verkacke etz lol oh sorry 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 da konnte keiner was machen der ist echt hart gewesen wo alle drei stehen da wo ist der Mann let me Pikachu ist besser nein wo ist dein Pokemon it's Zuckerpuff fuuuuck jetzt kommt er schon wieder ja 1a daneben geflogen 2a he is wondering wo ist der Ball he don't know eh he he the ball not oh sorry aber wieso kriegen wir auch schon wieder diese Gruppe naja die Map ist echt Cancer man ich mach die nur 1 gegen 1 dann ist die Fuhr The ball is coming, to town. Warte. Suchapuff. Hab ich. Alter, das war gerade eben aber auch knapp. Ey, das ist, aber, äh, kommt mir das nur so vor oder ist der Suchapuff der einzige, der fliegen kann? Ist der einzige. Manchmal. Manchmal. Oha, oha, oha! Mabuli hat ihn. Da ist doch Malibu. Mabuli. Das ist ein neues Pokémon. Ein Krüppel. Pokémon. Töte mich, ich bin Mabilu. Mabilu. Saugeil. Es redet auch genauso. Da töte mich. Kommt raus, ey, wie so ein Haufen Scheiß da, Alter. Mabuli. 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 Ja, und dann. Mabuli setzt. Könnte ich jetzt noch, könnte ich jetzt noch zeichnen, würde ich es einfach mal zeichnen. Aber ich kann es nicht. Mabuli setzt, äh, dünne Schiss ein. Diese Attacke war sehr effektiv. Aber nicht sehr hart. Alter. Ich hab die Idee, ey, wenn wir wirklich Merch erstellen, dann bitte ein Mabuli. Mabuli. Im T-Shirt. Hä, das ist besser, Alter. Please kill me. Riva, das ist deine Chance. Ja, ne. Nein. Der hat jetzt nicht zweimal gemacht. Komm schon, das gehen wir doch noch hin, oder? Oh, wir haben noch eine Minute, vielleicht. Vielleicht. Weißt du, oben eine Minute, 31. Haben wir noch eine Minute. Vielleicht. Nice step. Titu. Mabilu. Du. Mabilu. Alter, das... Ich hab grad so'n Dauerkrinsen einfach nur. Botsch! Genau das T-Shirt mit dem T-Shirt. Das muss man dann auch noch herstellen lassen. Eine Uhr. Hä, ne, da kommt die Watch drauf und Fragezeiten. Weil du immer bei Watch sagt und da sagt der aber Watch. Docks. Ist kein gutes Spiel. Sagt der Mama... Äh, sagt der! Sagt der! Weiße! Hahaha! 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 Alter! Geh immer! Alter, da war kurz mal das Sprayn aus. Uah! Geh weg! Sting ich jetzt! Nein! Okay, wir schaffen's. Egal, dann lass uns Spaß machen. Alter, der ist zwar G-Set! Hahaha! Oh Mann! Alle 13 grade! Ey, ich hab ungefähr... 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 Seit so ner halben Stunde nur noch Tränen in den Augen, ey. Echt? Ich kann nicht mehr... Alter, was ist... Und so'n Fett des Dauerkrinsen. Ja, weil es drückt die ganze Zeit mit seinen... ...geilen Versprechern... ...und... ...und diesen Witzern! Und dann Mabilou, ja. Mabilou ist aber echt jetzt so... ...so'n geiler Running-Gag. Hm. Mabilou, nein. Kein Problem, Sachter. Oh shit, ey. Das sind so richtige Milch-Schnippen, ey. Man, ich esse Zuckerbruch! Oh, ich esse Zuckerbruch! So hat sich das gerade angehört, Alter! Der hätte so viel Spaß gehabt, ey! Oh, Mann! Okay, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht beim Zusehen! Wenn ja, dann lasst es uns wissen, wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder... ...mit dabei seid! Du bist nicht gerade so verlöst! Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Tschüss! Tschüss!